Das ist eine tödliche Waffe, er ist der allergrößte und er wird es sein. Hey, du Arsch! Mal wo alles ist aus? Du bist fertig! Du hast ausgewiegt, bist am Ende. Ich bin davon der Größte. Das wollen wir doch erst mal anfangen. Was hast du gesagt? Papier-Champion? Ich werde dich verbrüllen. Was ist mit ihm los? Niemand muss einen Koffer holen! Niemand muss einen Koffer holen! Ich hab die Runde hier raus! Kommt, sprich am besten, setz dich hier auf die Westphilie! Kommt, versuch mal, versuch mal, schmeiß das Gerste hier aus! Bringt euch! Kommt sie auf den Pauli! Pauli, sag ihm, der Kampf ist abgesagt, dann los, geh schon! Hast du mich verstanden? Ich hab gesagt, was ist los? Hast du deinen Verstand verloren, oder was? Wir können nicht. Ich kämpfe doch. Oh, doch. Wir werden heute nach kämpfen. Ich kann nicht da rausgehen und kämpfen. Ich kann nicht in den Ring. Geh jetzt raus. Geh jetzt raus in den Ring. Verspinde endlich. Nimm diesen Kerl. Bring es hinter dich. Warum tust du es nicht? Hey, du ja. Was soll ich denn bloß machen? Was zum Teufel meinst du damit? Was soll ich denn bloß machen? Nach all den Jahren, die wir verbracht haben, weißt du nicht, was du machen sollst? Du solltest dich verdammt noch mal was schämen. Und jetzt wirst du da rausgehen und boxen. Hol ihn dir. Geh. Du bist der Beste. Hey, du ja. Pass gut auf ihn. Pass auf ihn. Guten Abend, liebe Sie, Dörfgerchen. Heißen Sie nun willkommen zum Hauptreif des dieses Abends. Zum Weltmeisterschaftskraft in Wehrgewicht. Uns wollen wir unter und zweit heute Abend an der größten von Zahlen zeigen. Der einzig eifige Apollo 3. Auch keinen ehemaligen. Auch wenn sich der bei der Ecke umlohmer. Es wird nicht so glatt, bevor ich dir die Fresse rein schlaue. Ich mache mal ein Geschenk und schicke diesen Bestenkerl auf die Bremse, okay? Ja, alles gut. Ich wünsche dir viel besser. Ich kann bald mal für die Kampfer in der Regie, da gibt es in der Regie, da warte ich. Klapper, Rocky, ihr kennt die Regeln. Ich wünsche einen sauberen Kampf und wenn ich Brink rufe, dann rennt ihr zurück. Jetzt geht jeder in seine Ecke. Beim Gångschlag kommt ihr raus und kämpft. Totes Fleisch. Der Anfang macht ihn fertig. Ja, Angst hat er. Okay, ich bin kein Trainer. Geh einfach da raus und hau ihn durch die Seine. Einfach umhauen. Und jetzt geht's los. Oh Mann, die Idee, der Fimken kommt, hat er bei Fimken gelacht. Oh Mann, ich kann los. Oh Mann, ihr seid nicht so sicher. Und jetzt geht's nicht so sicher. Hatsch euch zu FC! Oh Mann, Affirmatium 406 schon. Was ist vor Mann, mich faste? Empfehlende Gefohnen. Ich kann ihn nicht auf der Sank. Halt ihn nicht auf der Sank. Er gehört mir, er gehört mir. Ich werde ihn fertig machen. Ich verliere es vor allem. Ich hole es mit. Was haben sie denn da? Das waren wir zu 50. Oh man, ich bin mit CBA. Ach, du kannst es schon. Ich versuch. Jetzt kommt der Gong zur zweiten Runde. Rocky scheint hier ein wenig wackel. Ich gehe noch nur. Die linke Darm. Steh auf. Hei. Hei. Wir. Wir. Die Kiste. Steh auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mr. Walcova, es kommt auf jede Minute ran. Wir müssen ihn jetzt unbedingt ins Krankenhaus rein. Okay. Mick. Lass. Mick. Ja, das ist alles vorbei. Ja ist alles vorbei. Nee, kleiner. Wie ist es gelaufen? Das war ein klassischer Kuro. Welche Runde? Welche Runde? Zweite Runde. Ich wusste es. Das ist gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Du musst dir deswegen nicht mehr irgendwelche Sorgen machen. Okay, es wird alles wieder gut. Es wird alles wieder gut. Okay, wir haben es geschafft. Du bist ins Krankenhaus, du musst sofort hin. Du bist nicht mehr so jung, wie manche glauben. Du bist ins Krankenhaus. Du bist ins Krankenhaus. Wir haben alles richtig gemacht. Ja, dann habe ich alles richtig gemacht. Nein, das war immer alles okay. Wir haben noch mehr zu tun. Was auch immer wir machen möchten. Wir werden es machen. Okay. Ich liebe dich. Weg. Es tut es. Weg. Men. Men.